hey willkommen auf meinem video kanal ich freue mich dass ihr da seid und wahrscheinlich seid ihr hier weil ihr etwas gegen eure falten sucht etwas meine nachtcreme vielleicht ich habe lange gesucht ich habe auch schon viel ausprobiert und dieses produkt von euboss durfte ich jetzt über die freundin trend launch testen ich bin absolut begeistert ich habe ganz viele von diesen proben bekommen ich zeige euch das mal das sind so kleine typchen waren bestimmt 20 stück dabei ich habe sie nicht gezählt aber richtig toll zum verschenken an freundinnen dass sie das auch austesten dürfen und ich habe zusätzlich noch zwei original größen bekommen zeig euch mal wie schön das aussieht ich habe die noch nicht verwendet im moment verwende ich nämlich diese kleinen brübchen noch weil ich dachte vielleicht ist es wieder nicht so meins wegen meiner mischaut dann weiß ich wer fange ich die gar nicht erst an diese original größe sondern verschenkt sie oder verlose sie unter euch das wird nicht passieren eine original größer wie schon verschenkt an meine freundin und diese werde ich behalten weil ich absolut begeistert bin natürlich werdet ihr nicht über nacht faltenfrei werden aber das tolle ist meine haut wird ganz weich sie wird gepflegt sie sieht unglaublich gesund aus ich habe manchmal so rote äderchen die man sieht oder trockene hautstellen auf der nase vor allem oder hier so die sind weg und ich habe kein spannungsgefühl morgens wenn ich aufwache wenn ich aufstehe bei manchen nachtcremes hat man ja so ein spannungsgefühl wirklich wie aufgepustet als wer die haut aufgepustet das ist bei der creme überhaupt nicht der fall und wenn ihr wissen wollt woran das liegt was für inhaltsstoffe da drin sind die wirklich so toll wirken dann schaut einfach auf meinem blog vorbei verlinke ich euch unter den kommentaren und wenn ihr noch mehr fragen zu dem produkt habt das hier übrigens in der apotheke bekommt dann stellt mir einfach die fragen ich freue mich und werde sie alle beantworten ok bis dahin tschüss eure katrin